Herzlich Willkommen bei Becker und Flöge. Uns stehen ungefähr 2000 Brillen zur Verfügung, Korrektionsfassung oder Sonnenbrillen, die wir dann auch alle mit euren Stärken individuell verglasen. Des Weiteren haben wir noch ein Riesenportfolio an Kontaktlinsen, welches je nachdem gerne für euch angepasst wird. Also ich bin zur Charity Fashion Show gekommen, im Prinzip wieder die Jungfrau zum Kind. Ich habe Gina irgendwann mal kennengelernt und da haben wir das Projekt besprochen. Ich bin erst als Sponsor aufgetreten mit der Firma und später habe ich mich für das Projekt selber auch sehr interessiert. und bin jetzt mitwirkend in der Planung. Ja, ich kümmere mich das ganze Jahr über ums Modelscouting, darf die Gina unterstützen als rechte Hand und bin für die Fragen rund um die Show zuständig, die auch während der Show auftreten, die geklärt werden müssen oder einfach zum Quatschen, um ein bisschen Druck abzubauen und ähnliches. Ja, wenn auch ihr Lust habt, bei der Charity Fashion Show mitzumachen, bewerbt euch einfach unter www.charityfashionshow.de oder schreibt uns über Facebook an. Wir freuen uns über alle Bewerbungen im Alter zwischen 16 und 96. Wir freuen uns über alle Bewerbungen im Alter zwischen 16 und 97. www.charityfashionshow.de Untertitelung des ZDF, 2020